Ich jumpe, okay? Ready? Ja, mach mal. Und? Schau mal, wir hätten schlafen können. Der Typ! Wow! Jetzt ein Bubba. Wen muss ich ein Blasen für'n Bubba? Und dann wechselt der Achro. WTF? Ich kann das nicht. Boah, hässere Schellerie. Hey, Bro, warum hab ich keinen Kaktus mehr? Och, Mann. Okay, es ist Zeit für eine Runde Partner gegen Nexus. Ich stehe nicht ab. Kikariki! Tja, Wesker, wie denkst du, spielst du das hier runter gegen einen Balanced Landing Krieger? Äh, äh. Alter, wenn ich jetzt in der Pfanne laufe, ist es einfach Game Over. Nimm mal mehr im Uhhh. Äh, Schlillbass! Äh, Schlillbass! Äh, Schlillbass! Ich bin tot. Äh, Schlillbass- Äh, Schlillbass- Ich bin tot. Okay, let me game chat, let me cook, let me cook, uuuh, hab gekocht, ihr dachtet ich spiel die Palette, aber ich spiel eigentlich Sniptic. Du machst das genauso in der Runde, ey. Damit wurde das... Du mein Sohn. Benats! Boah, fuck, ey, wirklich, ey, wirklich, wo sind diese Doppelpaletten, die ich hier andauernd seh, wenn ich nicht gechased werde und dann... Was? Moin, wir müssen zusammenhalten, Nexus. Wir müssen zusammenhalten. Ja, warum beschießt du nicht? Ja, hab ich nicht. Ey, schlagt mich nicht, aber ich dachte mal, Zürich ist in der Türkei, ne? Wie unfassbar schnell man aber abhängt. Was? Ist anal-squirting ein Ding oder hat mir die Bitch einfach nur ins Bett geschissen? Sie ist frei. Okay, wenn die nicht freikommt, Freunde, dann nehme ich mir ein dickes Paar Bullenhoden und lasse sie genau da, wo sie sind. Nur damit konnte er mich gerade in diesem Loop-Out-Plane, by the way. Ohne die 20% hätte er das nicht mal ansatzweise geschafft, hätte ich eine extra Runde laufen können. Das ist der Unterschied. Die 20% haben mich da noch vor der Palette erwischt. Und das, obwohl ich theoretisch nur drei... Na klar, ne? Na klar, machen wir halt mal ohne, jokes. Chance, das Perk brauche ich auch. Jetzt ein Bubba. Wem muss ich einen blasen für den Bubba? Maus zwei only. Tunnel auf mir. Jetzt ein Bubba. Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba-Bubba. ach du Scheiße boh ach das ist ja schon das Sky Virgin ach du Scheiße das ist das Sky Virgin wir wussten es von Anfang an eigentlich das ist das Gegenteil das ist das Gegenteil das Gegenteil ja Medic wir können immer chillen ey geil ich bekomme jetzt ein Anti-TP wie geil ist das denn warte ich rette ich rette ich schilde Terste oh mein Gott Knechti will ihn töten Knechti will Terste abstechen hä yo Knechti hat gerade brutals versucht oh mein Gott hä was ist da oh mein Gott jeder will Terste umbringen oh mein Gott Terste heiß Mann du bist tot hallo wenn das gibt dann halt auch du willst da ach so gut eigentlich ist nur noch fehlend dass er jetzt nochmal hier hinkommt einfach so diesen Locker hier aufmachen ich liebe diesen Luke der ist perfekt für ihre Damage-Kotze der ist perfekt für ihre Damage-Kotze ich weiß nicht wo er ist gerade er ist beim Junkie die definiert sein du auch du bist einer vom Team Demo ich kann das nicht ja noch nicht los auf noch nicht ihr müsst das perfekt abschöpfen Demo ja du pergärzt so und klinge die alte Person nicht actions bau 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 ba bau 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 Das ist Eier, Bitch.